Herzlich Willkommen zurück meine Freunde zu Super Mario World. Jetzt habe ich schon mal die beiden Geisterhäuser am Hals. Und die werden wir mit Sicherheit mit denen schaffen. Warte mal, was ist da drin? Feuerblume. So, den Münzglock nehmen wir mit. Ich glaube ich mache jetzt mal den Secret-Ausgang. Ach Quatsch! Gut, habe ich den normalen Ausgang schon mal gemacht. Normalerweise mal jetzt den Secret-Ausgang. Aber diesmal hat sich was anderes ergeben. Nee, das ist der, den ich wollte. Genau. Donut Secret 2. Und das ist das Eis-Level. Und da konnte man richtig gut Leben farmen. Das hat mir meine Schwester mal so gezeigt. Sie hat das mit mir auch gerne bis zum Abwinken gespielt. Boah! Boah! Das war gespielt meine Freunde! Das war gespielt! So, Donut Plains 3. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. So, jetzt gehe ich nochmal in den Secret-Aus. So, jetzt gehe ich nochmal in den Secret-Aus. So, wenn ihr mit dem Trampolin oder Sprungfedern, nennen es wie ihr wollt, über den großen Buch hochspringen müsst. Aber da ich ja sowieso so viel Skill im Spiel habe, kann ich ja einfach mit dem Rennsprung rüber. Und da kommt auch schon der Boss. Obwohl es ja eigentlich gar keiner ist. Ihr könnt mal schön da stehen bleiben. Ganz brav! Klatsch! Hahaha! Das ist ja noch im Screen drinne. Weil ich nämlich den Block mitgenommen habe. Star Wars, die werde ich mit Sicherheit wieder zum Schloss machen. Hier mache ich jetzt den normalen Ausgang. Ach ne, die konnte ich ja nicht mit der Feuerblume kaputt machen. Genau. Da wollte ich rein. Denn da konnte man ja auch Leben farmen. Also es kann auf jeden Fall sein, dass gleich das Telefon klingelt, dass ich dann einfach kurz pausiere. Oder wenn ich schon um die 10 Minuten isse, dass ich auch einfach den Part stocke. Nein! Okay, das reicht. Das reicht. Was sagt denn der Timer? Ach ja. 5 Minuten erst. Oder 6, ich weiß es noch nicht. Aber wir schaffen das schon. Oh, das war jetzt auch wieder so ein kleiner Skill von mir. Ne, den Pilz nehme ich nicht mit. Ah, jetzt kommt schon mal das erste Hasslevel von mir. Ja. Muss ich da jetzt ernsthaft mit dem Yoshi durch. Das meine ich überhaupt nicht. Und das ist das erste Sidestronic Level, die schon in Super Mario Bros. 3 eingeführt wurden. Also die roten sind da sowieso die Level mit 2 ausgängen und der gelbe mit einem Ausgang. Und auch so manche Geisterhäuser haben zwei Ausgänge. Genau, verzischt euch, ihr Fledermäuse. Ihr Schmörmel. Ne, ich gehe sowieso noch mal rein und dann kann ich dann den Secret Ausgang machen. Ja. 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 Da darf ich ja nicht stehen. Sonst werde ich geplättet. Und dann kann ich das Ganze nochmal von vorne machen. Jetzt... 45 Leben schon, wow. Also so viel hatte ich eigentlich noch nie gehabt. Auf so ne kurze Zeit... Genau, hier war der Ausgang. Gut, aber nicht gut genug. So, nochmal das Ganze. Ich hätte ja auch das Geisterhaus zuerst machen können. Und dann dieses Level nochmal. Dann hättet ihr auch die Abwechslung. Vielleicht mach ich das auch sogar. Dass ich erst ein Level mache. Und dann das nächste und dann die mit dem 2 aus denen abwechselnd mache. Vielleicht kann ich das ja so demonstrieren. Wobei ich meistens immer die Level auf einem Schlag abgeschlossen habe. Ja. 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 Ich wollte jetzt noch ein Geruch zusammennehmen. Aah. Ja Ja. So, grüner Schalterpalast. Oh, ich weiß es noch, dass der rote Schalterpalast ziemlich abfuckt war. Warte mal. Ne, warte mal. Ich brauche jetzt mal Yoshi. Ne, jetzt habe ich das schon verkackt. Genau. Egal. 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 Egal.